Nochmal muss ich sagen, wenn es hier ein bisschen laut ist, ich hab da das Fenster auf, hab da das Fenster auf, weil es hier so warm ist. Und dann, wums, da kam gerade ein Auto. Aber darum geht es nicht. Es schwärmte ein Schüler aus Peine für Liebesgedichte von Heine. Dann traf er die Ruth, die tat ihm gut. Denn jetzt schwärmt er nicht mehr alleine. Kurzes Gedicht, kurz und bündig und schönen Tag.